auf zum leuchtturm leuchtti leuchtti leuchtturm ich freue mich schon da ganz rauf zu klettern bestimmt sperrgebiet und wir mal durchkloppen mich eigentlich wundern wenn das sperrgebiet wäre es ist ein sperrgebiet der will her alles machbar wer bestimmt noch eine aufgabe für kriegen eigentlich viele schlafen wahrscheinlich gerade auch sehr gute nachts na guck mal da haben wir den oberhaupt muzzi ist das ein leuchtturm und gefängnis oder tower von lundin noch zwei so auch noch einer da rein ich meine mehr als drauf gehen kann ich nicht irgendwie juckt mich das schon in die finger da versuche ich das jetzt nicht rein gehen jetzt muss ich vorsichtig sein jetzt geht's als einer guckt jetzt haben sie kann ich ziehen dann ich hey da ist noch eine zeig dich einfach was den rest erledige ich dann schon da bist du ja da habe ich ihn erwischt sehr gut ist aber nicht so toll stufe 5 hey was du hättest nicht herkommen sollen wieso trifft denn der immer doch schulblock gewunst ein kommandanten getötet hier alles um plündern sehr gut eine helde bade oder was soll das sein hier auch noch was oh ja hmm schön schön ich bin der loot oh ich bin der ich bin der ich bin der ja würde erstmal hier hin zu sein oberen bogen erledigen bevor ich mich denn um den rest kümmer ich bin der 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 eine deckung aufpassen eine deckung aufpassen Das war nicht ein Toter und den hat er gesehen und er läuft immer ganz gemütlich dahin. Sehr gut. Ich kann natürlich besser laufen. Oh, da liegt einer. Schlaf gut mein Freund. Für eine lange Zeit. Für mich wie immer. Absolut. Das ist geizig. Der oben ist zwar ganz cool, aber der macht mehrere Schüsse. Da brauchen wir ja jetzt nicht. Oh nein. Oh nein. 1029. Ach komm, Schätze sind wahrscheinlich drin. Es sind zwei. Schwupps aller Schwein gehabt. Beile haben wir, brauchen wir nicht. Schläfst auch keiner? Aber da schläft einer. Tut mir echt leid Jungs, aber ihr gehört da zum falschen Verein. Dahinten hat einer die Toten gefunden. Was sammelt die hier? Ja. Bist du bei deinem Kumpel? Bin so nett zu euch. Oh, da ist noch einer. Na, das ist ein Freund besuchen. Oh, das zieht hier sogar aufräumen. Das ist cool. Ah, damit mache ich die Leichen wegräumen. Ist nicht so weit, ey. Schon irgendwie kriegen sie einen Schatz. Was? Da ist still. Oh mein Pfeil wieder. Was hier nichts ist, ne? Ah, und ne Pfeile legen. Und jetzt hat sie ihn noch als Garnison genutzt. Witzig. Darum schläft wieder einer. Wo kommen die denn immer alle her? Ja. Kann ja schon ein Respawn sein. Lebt er neben seinen toten Kollegen? Jawohl. Ah. Iiiiuh. Hast du nicht gemerkt, dass der Tod ist? wir kommen jetzt rein in den turm die sind ja alle eingänge zu man muss ja noch der schatz sein bei sogar hier außen und hier im hofer nix irgendwo weiter ist klar wenn wir ein bisschen am leuchten wo maus wird langsam hell dann müssen wir uns aufpassen wir wollen ja nicht erwischt werden machst du denn hier kurz nach oben danke der max er kommt hier nicht weiter hoch was mache ich denn jetzt ich muss den weg nach oben geben ich kann wohl nicht überall raufklettern gerne hätte hier vielleicht das aufzug nur für mich wo die statu es geht hier ist feuer im schoß auf nicht weiter hoch ah doch sind wir hier drin zu drüben mehr ist sie nicht irgendwie wie es mit dem schatz gerechnet hier also wenn man hier mit dem karren nach oben fahren könnte na da stand auch schon einer schlecht hier ist was erster schatz nichts neines architekten was besser auch man ja nix das radlager ende rausspringen aus dem fenster ist auch nicht so clever ach da kommen wir da rein ist ja niemand nutzt ihr das überhaupt nicht pfeile pfeile schnauft der so ok hier schonmal für den großsprung genau heuhaufen, 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 hau, hau, hau gut das war es wohl wird der schatz sein der letzte der lümmel hat er sich versteckt geil sein wenn man nur einen schatz fehlt das ist ja übel ah, das müsste ja, jawohl, sehr gut nein, haben wir ja geschafft oh, schaut euch an das ist nicht hübsch hier oben hat er so lange gedauert hier auf diesen turm rauf zu kommen, ne? aber, das hat sich gelohnt da muss ich vielleicht mal, ja, pulisieren, dann haben wir das auch geschafft ein schnellreisepunkt weltkarte aktualisiert und segnlos wahrnehmung verbessert oh, schön, gut und ist noch eine aufgabe Fragezeichen wir müssen schnell reisen wo können wir erstmal 20 boah boah wundert es halt hier, ob der Insel kein Fragezeichen ist wundert mich echt der, wer sagen wir denn noch so hm, hm, hm der Plagiator so nehme ich Quest an und gehe dann in die Optikate machen wir das so rum auf Stufe 20 37 37 34 da ist auch gar kein Level ah, hier hinten können wir auch nochmal hinreisen, das ist gut weil hier haben wir auch noch ein paar Pyros Rätsel können wir eigentlich noch eins haben Teltes Tal oh, betäubende Stille das ist in Siva ja, kriegen wir schon noch hin ah, ab, ja ja, ruft ich wollte unbedingt noch machen ich wollte unbedingt mal vom Leuchtturm springen so, gut ja, ja eins ist in der Nähe eine lange Lernkurve ja, die habe ich manchmal auch ausweichmanöver ja, alleine einsteigen alle einsteigen das ist echt praktisch manchmal mein Gott mein Gott, Frosch im Hals oh nein, was mache ich denn hier nein, nein, nein oh, irgendwann irgendwann ich sitze noch zu tief, wenn die Runde springt ah, hups, wir hätten die Ante abmachen können haha, wir sind auf der Straße einfach so kommen wir gleich noch eine Drohne wieder raus und dann, da ist er dann gefunden dann sind sie denn jetzt auf einmal hingeritten hast du auch hier abgebogen ich bin ein Freund von Farno ein Beschützer schlag den da noch mal er verdient es hol sie dir den da als nächsten der da stinkt wie die Beste pass auf nimm dich in acht sein Haar er hat Läuse Läuse mal den Wagen aufhalten jetzt kann ich mich um die Wachen kümmern ich sehe aus, dass ich sie dazu geholt habe die Waffe wechseln ich bin nicht in der Stadt hört doch nicht auf hier jetzt, ne, mit euch Jungs kommt Pferd, geh weg Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flakos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Bestia. Neben, daneben. Schade. Arresto, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Wir sind da. Mein Liebster, ich bin so dankbar, dass du frei bist. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach die Hüfte gebrochen. Wir haben schon lange geplant, da hinzuziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Ja. Das muss eine Spontanheilung gewesen sein. Das macht nichts. Ist halt manchmal so. So eine Spontanheilung ist schon echt was Praktisches, ne? Die Bestie ist Stufe 20, aber vielleicht können wir sie ja jetzt schon mal annehmen. Dann haben wir jetzt schon mal wieder eine. Zum Entdecken.